Der 10.000 Euro Anruf von Radio Regenbogen. Und ich bringe sie ganz persönlich mit dieser großen Stretchlimo zur Geldübergabe mit George. Ich freue mich schon. Ich stehe jetzt hier in Wiesloch vor der Bäckerei Sachs. Da arbeitet die Jutta aus Waldorf. Und die hat bei uns alles richtig gemacht. Die hat beim 10.000 Euro Anruf sich mit Hallo Radio Regenbogen gemeldet. Hat noch das richtige Codewort des Tages gewusst. Und dadurch räumt sie jetzt die 10.000 Euro ab. Und wir sind jetzt hier, um sie abzuholen und zur Geldübergabe zu bringen. Gehen wir mal rein. Jutta, wo ist sie denn? Jutta, da ist sie ja. Hallo. Hallo. Ich bin die Anne, grüß dich Jutta. Na erzähl, hast du den ersten Schreck schon überwunden? Nee. Ja, nein, ich weiß nicht. War ja ein positiver Schreck. Ja, es war super, toll. Ich glaub's nicht. Wie fühlst du dich jetzt? Unbeschreiblich. Gut, nehm ich mal an, ne? Ja, unbeschreiblich gut. Ich bin auch hier, um dich jetzt abzuholen. Wir fahren jetzt nämlich mit einer richtigen Stretchlimo zu George. Der wartet schon auf dich, um dir das Geld zu übergeben. Freut sich schon ganz doll. Ja. Du bist völlig hier begeistert. Und du holst jetzt deine Jacke, würde ich sagen. Dann können wir gleich los. Okay. Wir sind jetzt auf dem Weg von Wiesloch nach Mannheim. Hier in dieser fantastischen Stretchlimo. Können wir uns gar nicht wieder einkriegen. Und ich würde sagen, zur Feier des Tages stoßen wir nochmal an, oder? Jawohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ach, Jutta. Oh, goodness. So, die Jutta und ich sind jetzt hier im Sender angekommen und stehen direkt vor dem Studio, wo der George schon die ganze Zeit mit dem Geldkoffer wartet. Freust du dich schon? Ja. Dein Handy läutet schon wieder, ne? Die ist sehr heiß begehrt heute. Dann gehen wir mal rein. Ja. Okay. Da ist er. Und ich habe die Jutta mitgebracht. Jutta, George, George. Ja, Jutta. Du hast ja alles richtig gemacht. Hallo. Und das Codeboard Handball-WM. Wunderbar, oder? Ja, das ist der Kocher, der ist gut. Willst du mal anschauen, Jutta? Ja. Glückwunsch. Danke. Voll gemacht. Danke. Der 10.000 Euro Anruf. Bei Radio Regenbogen. Zusammen mit Das Telefonbuch. In Das Telefonbuch muss man einfach stehen, um gefunden zu werden.